Kommen wir nun, nachdem wir die theoretische Literaturrecherche besprochen haben, zu möglichen Quellen, die Sie nutzen können, um Ihre Literatur zu recherchieren. Wir haben Ihnen hier einige Quellen zusammengestellt. Erst einmal der Überblick. Sie stehen natürlich als Studierender zunächst vor der Frage, wo muss ich eigentlich nachschauen, um geeignete Literatur für meine Abschlussarbeit, für meine wissenschaftliche Arbeit zu sammeln. Damit wir ein bisschen Licht in das Chaos bringen, haben wir Ihnen eine Systematik mitgebracht. Und zwar kann man einmal zwischen dem systematischen Weg der Literaturrecherche und der Quellensuche verwenden und danach auch noch mal einen pragmatischen Weg wählen. Beim systematischen Weg, da gehen wir gleich noch mal tiefer ins Detail, da haben wir einmal Nachschlagewerke wie zum Beispiel Fachlexika oder auch Handbücher, die Sie verwenden können. Sie können Bibliothekskataloge verwenden. Das sind Kataloge, die für die Bibliotheken zur Verfügung stehen. Meistens online. Dann aber auch noch Bibliografien, die zusammengestellt sind für bestimmte Themen. Auf der anderen Seite haben wir auch noch mal den pragmatischen Weg. Hier geht es darum, dass bereits eine Selektion stattgefunden hat, zum Beispiel über Ihren Dozenten, über Ihre Dozentin, die bestimmte Literaturlisten zur Verfügung stehen stellen oder beispielsweise Ihnen Literatur in Ihren Semesterapparaten zur Verfügung stellen. Dann haben wir wichtige Lehrbücher, aus denen Sie auch weitere Quellen entnehmen können. Ihnen steht natürlich die Internetrecherche zur Verfügung und dann auch noch mal bestimmte Datenbanken. Kommen wir nun einmal zum systematischen Weg erst. Aber bevor wir das tun, noch mal der Hinweis, es ist wichtig, dass Sie sich vorher über Ihre Fragestellung, über Ihre Themenstellung bewusst werden, um dann die geeigneten Wege einschlagen. In der Regel wird man sie aber auch kombinieren miteinander. Kommen wir nun zum systematischen Weg. Ich hatte bereits erwähnt, dass wir einmal die Literatur haben über Nachschlagewerke. Hier haben wir zum Beispiel das Beispiel Handbuch mitgebracht. Es gibt aber auch noch weite Fachlexika, je nachdem, in welchem Gebiet Sie Ihre wissenschaftliche Arbeit schreiben. Und hier wollen wir Ihnen nur noch mal zeigen, dass für jedes Spezialgebiet auch verschiedene Handbücher zur Verfügung stehen, aus denen Sie weitere Quellen entnehmen können, wo Sie auch schon mal Ihren Einstieg in die Fachliteratur finden. Wir zeigen Ihnen einmal ein Beispiel. Viele dieser Handbücher sind auch online verfügbar. Das zeigen wir Ihnen noch einmal kurz. Und zwar, das Handbuch Handel ist auch als Onlinequelle verfügbar. Hier beispielsweise sehen Sie, dass verschiedene Kapitel gedownloadet werden können. Das heißt, über so ein Handbuch hat man schon mal als Nachschlagewerk eine sehr gute Möglichkeit einzusteigen in die Literatur. Als weiterer systematischer Weg sind unsere Bibliothekskataloge. Und hier einmal das Beispiel unseres OPACs. Das ist der Online Public Access Catalog. Etwas umständlich auszusprechen, aber das finden Sie hier in der HRW. Und Sie haben hier unseren Bibliothekskatalog. Wenn Sie darauf klicken, gelangen Sie zu unserem OPAC, je nachdem, ob Sie Mülheim oder Bottrop wählen. Hier können Sie zum Beispiel wunderbar nach Autoren suchen, nach Titeln suchen, Schlagwörtern auch in eine freie Suche eingeben, sodass Sie hier die geeignete Literatur finden und dann auch letzten Endes entweder downloaden oder ausleihen können. Kommen wir nun zum pragmatischen Weg. Auch hier haben wir Ihnen ein paar Beispiele mitgebracht. Es mag zum Beispiel sein, dass Ihre Dozenten Ihnen Literaturlisten zur Verfügung stellen zu Ihren Veranstaltungen, in denen Sie auch schon mal anfangen können zu suchen. Dann haben verschiedene Dozenten Semesterapparate eingerichtet. Da ist hier einmal das Beispiel aus meinem Semesterapparat abfotografiert. Und Sie können hier auch schon mal einen Blick in die Literatur werfen. Hier beispielsweise markiert die Bücher, die sich mit dem Thema Handel auseinandersetzen. Da finden sich natürlich auch noch mal andere Bücher. Aber da habe ich zum Beispiel schon eine Vorselektion durchgeführt, sodass Sie hier wichtige Bücher finden in einem bestimmten Bereich, der für Sie interessant sein könnte. Dann haben wir die klassischen Lehrbücher. Und da finden Sie in jedem Bereich ja die Standardwerke, die ganz wichtig sind. Und auch die bieten Ihnen einen Einstieg in die Literatur, um einmal sich fachlich einen Überblick zu verschaffen, aber auch um weitere Literatur dann zu recherchieren. Als weitere Quellen stehen Ihnen die Internetrecherche und unsere Datenbanken zur Verfügung. Hier möchte ich nur noch einmal kurz eingehen auf Google Scholar und beispielsweise Visonet. Wir haben aber auch noch mal zusätzlich ein eigenes Video abgedreht, wo wir diese Bereiche noch mal detaillierter bearbeiten werden, da diese Bereiche sehr wichtig sind für Ihre Literaturrecherche. Kommen wir nun zum letzten Abschnitt. Und zwar möchte ich Ihnen noch mal plausibel machen, was ist eigentlich eine gute Quelle und was ist eine schlechte Quelle. Das heißt, was ist zitierwürdig und was ist zitierunwürdig, weil diese Unterscheidung ist sehr, sehr wichtig für die Qualität Ihrer wissenschaftlichen Arbeit. Schauen wir uns einmal einen Überblick an. Das heißt, zitierwürdige Quellen sind wissenschaftliche Quellen, überprüfbare Quellen. Das sind Bücher, Fachzeitschriften, Journals, Gutachten, wo ein glaubhafter Autor auch hinter steht, ein Verlag hinter steht, auf den man sich verlassen kann, dass hier eine Qualitätskontrolle auch durchgeführt haben. Weil Sie wissen das, im Internet kann jeder veröffentlichen, was er oder sie möchte. Von daher ist es wichtig, dass hier eine Qualitätskontrolle noch mal stattgefunden hat. Populistische Bücher und Zeitschriften sind weniger geeignet. Das heißt, immer da, wo ich nicht überprüfen kann, welcher Autor hat das geschrieben, ist der Autor renommiert, kann er oder sie überhaupt etwas sagen über mein Gebiet, da würde ich Ihnen empfehlen, immer ein großes Fragezeichen hinterzumachen. Kommen wir nun auch noch mal zu zwei Beispielen, zu zitierunwürdigen Quellen. Die eine davon ist Wikipedia. Wir sagen das immer wieder, dass Wikipedia nicht direkt als Primärquelle zu zitieren ist, sondern hier ist es wichtig zu wissen, dass natürlich das Wissen in Wikipedia auch aggregiert ist. Das bedeutet, Wikipedia ist sehr gut geeignet, um sich einen Überblick zu verschaffen. Danach müssen Sie aber stärker eintauchen in die Literatur. Und wir haben hier noch mal das Beispiel unserer Diffusionstheorie mitgebracht, das ich Ihnen ganz kurz zeigen möchte. Und zwar haben wir in einem der früheren Tutorials bereits über die Diffusionstheorie gesprochen. Das kann man sich gut alles einmal durchlesen. Allerdings ist diese Quelle nicht zitierwürdig, da, wie man sieht, die Originalquellen sich auf Rogers beziehen. Das heißt, hier haben wir die zitierwürdigen Quellen, die zitierfähigen Quellen, sodass diese in jedem Fall zu zitieren sind. Das heißt, Rogers ist die Primärquelle, die auf jeden Fall zitiert werden muss. Wikipedia ist die Sekundärquelle, die zwar interessant sein mag, aber nicht zitierfähig ist. Als zweites Beispiel der zitierunwürdigen Quellen habe ich Ihnen noch mal Statista mitgebracht. Statista ist ein hervorragender Dienstleister, der Daten zusammenstellt. Allerdings ist die Originalquelle, die Primärquelle, meist woanders zu finden. Hier haben wir auch noch mal ein Beispiel mitgebracht, und zwar das Beispiel der Umsätze von Zalando. Und ich möchte Ihnen jetzt noch einmal kurz zeigen, wo Sie hier die Originalquelle finden können. Wenn Sie unten rechts schauen, bei Statista, finden Sie immer die Originalquelle. Das heißt, dieses ist die zitierwürdige Quelle, die Sie auf jeden Fall angeben sollten. Es ist hier noch ein bisschen diffus, da Zalando keine Jahresangabe gemacht hat. Es ist zu vermuten, dass es hier der Geschäftsbericht von Zalando ist. Ein weiterer Hinweis, wenn Sie mit Statista arbeiten, Sie finden hier noch ganz viele Formate, wo Sie die Informationen downloaden können, um dann Ihre Grafik entsprechend anzupassen. Hier aber noch mal der Hinweis, Statista selber ist nicht zitierfähig. Was aber zitierfähig ist, genauso wie bei Wikipedia, sind die Originalquellen. Das heißt, hier wäre die Originalquelle Zalando, vermutlich der Geschäftsbericht. Genau das müsste man dann noch mal recherchieren, auch recherchieren, welche Seite in Frage kommt, wo diese Angaben vorhanden sind. Wir hoffen, dass wir Ihnen hier ein paar gute Tipps geben können, wie man an mögliche Quellen herankommt, um seine wissenschaftliche Arbeit voranzutreiben. Vielen Dank.